Warum ist Julian Stöckel eigentlich Promi? Seit zehn Jahren, warum ist Julian Stöckel eigentlich Promi? Seit über zehn Jahren tanzt Julian FM. Stöckel, 30, über die roten Teppiche und durch die TV-Shows der Nation. Aber was macht Julian eigentlich zum Promi? Auf seiner Night of the Day hat Stars Kostümpartie auf Schloss Markart fragt Promi Flass bei den Stars und Sternchen nach. Julian ist sehr authentisch und ehrlich. Er polarisiert extremst und ist so unterhaltsam, schwärmt Nacktschnecke mit Stella Schäfer, 34, von dem Paradiesvogel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017